so darunter bist du dir sicher nein bin ich nicht aber jetzt müssen wir nach da ok auf den dünnen 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 dinge wird sie nicht springen aber hier auf den klimaanlagen hei 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 la grof les grüßen sind wir hier richtig da ist wieder was zu tun Okay, da geht es lang, okay, ja, machen wir nochmal, ja, da ist auch ein Fenster, na komm. Das ist halt hier Wäscherei, ne alte, sie gucken nach da, aha, da oben ist wieder eine Kamera, okay, kommen wir da hoch, über die Bierfässer, nö, 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 ah, wir werden halt beobachtet, oh, guck mal, ja, okay, das ist halt eine Bestätigung, wo wir hin müssen, wenn wir hier mauzen, ja, okay, ja, wir müssen da hoch, komm, und jetzt, so, oh, oh, über die Schwebebalken, die Kamera, die ist, sagt man nicht, ah, naja, okay, müssen eben wieder rüberkommen, so, was passiert, wenn wir uns springen, wenn sie es macht, macht sie nicht, oder was, doch, guck, wir müssen nach da, wie kommen wir da, da hin, kommen wir auch wieder hoch, wenn wir hier runter springen, na, na, sagt sie, na, 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 okay, so, da ist eine Kamera, ja, richtig, richtig, richtig cool, tippel, 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 oh, oh, das soll halten, ja, war mir doch sowas schon klar, bloß wo lang, warte mal, nach da, komm, nach da, ach, da ist wieder ein Balken, okay, ja, komm, miau, 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 da ist noch ein bisschen wieder hoch, hier, ja, Da ist wieder eine Kamera. Ja, wackel, wackel und wo lang? Aha, aha, nach da oben, ok. Schmittchen Schleicher, da da da, ok, da hoch, oder da durch, hier so ein Brett, und das hält uns aus, oder? Hier über die Klimaanlage, würde ich mal meinen, aber sehen wir schon da oben? Ja, 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 ok. Na, denke ich, wir müssen noch weiter hören, ne? Genau, sie sind ja nicht aus Dummsdorf, ne, wir kennen uns hier aus. So! Ok. Richtig? Ja? Gut. Warte, lass mal kurz mal gucken. Wobei, was soll die Katze hier, ne? Kann ja nix einsammeln. Brauchen gar nicht nach. Loot gucken, in dem Sinne. Äh. Ah, hier. Aha. Wir haben Stecke gezogen. Batteriestecker, oder was sein soll? Kommen wir mit dem denn los? Ja. Na, nehmen wir die mal mit, ne? Die Wohnung. Ok, hat sie fallen lassen. Nimmst du nicht mit? Schade. 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 Warte, sie. BING! Eine Muku. Töt, tö, tö, töt. So. Sie sind hier im Klo. Ok. Klo? Mit nem Bett? Ist schon ein bisschen eingeallig, ne? Würde ich sagen. Oh, wir können hier... Musik aus, ja machen wir mit Musik aus, lassen wir aus. So, da ist noch ein Bücherstapel. Was ist das hier? Hm. Da ist was drohtes? Ja, 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 ja. Achter. Brauche Hilfe. Okay. Komm mal runter. Daten korrumpiert. Brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper... Ja, ja. Ey, wie stehe ich mit der Hinterleucht drauf? Aber schon gut gemacht mit der Katze. Durch... Sorry. Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Also durch die Tür gehen, einschalten, Körper finden. Wo? Welche Tür? Wo ist die aufgegangen? Ah, hier. Okay. Ups. Wieder zugegangen. Was ist das für ne geheime Werkstatt hier? Und was ist das da unten? Vier Steppen... Springen wir rauf da. Können wir hier Aufwand machen? Tastatur mäßig? Ne. Tütütütütüt. Ne? An Strand. Ja. 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 Kamera, sind wir richtig? Gut. Na ja. Man muss ja mal fragen, ne? Ja. TütütütütütütütütütütütütütütütütütAmericans. Jo. Tütütütütütütütütütütütütütütütüt. Vier rande leyen hier bloß so. Hier war doch inbazun. Ok. Oh! Aha, okay. So, was ist das hier? Ah, so. Okay, wir stecken mal. Mal reinstecken. Mal reinstecken! Darf doch kein Millimeter daneben stehen, oder was? So, ah. Okay. Ah! Da sind ein, zwei, drei, vier Monitore, vier Stecke. Erstmal müssen wir noch die Stecke finden. Hier oben irgendwo was? Nein? Nein? Hier? Ich guck mal hier. Da! Hallo! Okay. Okay, zwei Stecke noch. Zwei Stecke noch. Wo sind die anderen zwei? Wo kennt mich? Ich komm auf den Hocker. Okay. Kommen wir da rauf? Mal! Haben wir! Gut! Ja. So. Den dritten hätten wir. Jetzt fehlt doch noch der vierte. Wo ist der vierte? Okay. Such, such! Ja. Ja, ja, ja. Nee, so nicht. Da haben wir schon geguckt, ne? Da war nix. Ah! Ich seh' da hinten. Da, 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 da. Jetzt können wir noch mal mal aufziehen. Äh. Okay. Haben wir. So. Ab zum Letzten. Oh. Mal gucken. Der ist so grimmig da oben. Teppich. Aha. Können wir jetzt was machen hier oben? Nö. Du, 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 du. Okay. Da, guck mal. Der guckt so komisch. Oh! Komische Teppich. Äh. Äh. Hallo? Wer bist du? Okay. Der Cop ist ab. So. Ich kann mich nicht umgucken. Kann jetzt nur die Katze bewegen. Tö, 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 tö. Brom Kompagnon. Ach, Thron. Thron Begleiter oder was ist das hier? Da ist was rausgefallen. Komm, lass mal runter gucken. Wir sind neugierig. Und wo, wohin damit? Hier? Irgendwo? Oder was? Ah, guck mal da. Jetzt können wir hier was machen, glaub ich. Ah. Programmieren wir jetzt die Drohne? Oder was machen wir da? Keine Ahnung. Wir machen uns einfach, ne? Kaputt. Ja. Wir schauen uns das mal an. Aha. Hallo? B12. B12. Dedelele. Was ist das für'n Ding? Hallo? Watt bist du? Ha! B12. Oh. Dedelele. Hallo? Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Siehste aber mal, wie ich hier. Ich bin... Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob bei meiner Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Och, du Arme. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Das stimmt. Aha. Na, erzähle leider. Es ist gefährlich in der Totenstadt. Aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Naja, warten wir mal ab, ne? Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Bäh. Ende. Okay. Folge mir. Wo bist du? Wo bist du? Da, ne? Da ist er. Okay. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay? Dann nimm doch mal. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Was willst du jetzt von uns? T-t-t-t-t-t. Wir sind halt hier. Das musst du dir noch umlegen. Äh. Jetzt haben wir da einfach umgeschnallt gekriegt. Der Drohnenrucksack. Oder was soll das sein? Hallo? Steh mal auf. Okay. Oh, guck mal wie sie geht. Das gefällt mir nicht, weil ich da auf dem Rücken habe. Da ist doch was. Da, da, da. Komm. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeilern wie dich entworfen. Ist das unbequem für dich? Na klar. Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ja, müssen. Ich hab den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Alles klar. Drücke, um den Eventail zu öffnen. Aha. Kategoriewechsel mit Erinnerung. Zeig mal. Sensoren erfassen Erinnerungsdaten in der Nähe. Mhm. Okay. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Aha. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Wir wählen welche treffen. Wir werden welche treffen. Hundertprozentig, ne? Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Okay. Okay. Da, ne? Guck mal, hier war doch. Hier, hier. Ach, schon wieder hier. Wissen kratzen. Aber ob dat müssen wir dat tun, oder müssen wir dat nicht tun? Ich wisse nich. Nicht dat irgendwann mal heißt, ja? Du hast hier nicht gekratzt und so. Du kriegst keine Hilfe. Ach, öffnen. Erstmal kurz, kurz umschauen. Da, ne Glückskatze. Ne Glückskatze. Winke, winke. So. Ah. Oh, wir konnten hier hoch. Warum? Okay. Ist nix weiter. Das Radio haben wir ausgemacht. Okay, verlassen wir dat Haus. Gegenstand verwenden. Ja, na klar. Also können wir jetzt Gegenstände einsammeln, oder wat? Drücke, um die Taschenöl zu benutzen. Boah, alter. Okay. Digi-Code benutzen? Wat für'n Code? Äh. Keine Ahnung. Was ist hier? Oh, komm, lass uns Klavier spielen. Ohohoho. Äh. Code, 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 Code. Wie heißt der? 3, 7, 4, 8. Okay. Was ist das für ein Bild? Oder ist das bloß die Zeichnung, wo der Code eingeben werden muss? Bestimmt, ne? Hier. Was haben wir gesagt? 3, 7, 4, 4, 8, ne? Ja. Richtig, richtig. Na denn, raus hier. Raus hier aus der Brüder. Hätte ja beinahe gesagt raus an die frischen Luft, aber... Wow, schön. Schauen die mal diesen Ort hier an. Ja, okay. Ja, okay. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Okay, es ist ein Aufzug. Ich weiß, dass wir nach da oben müssen. Wo? Da? Also, die müssen wir jetzt benutzen, oder was? Naja. Sind das alles die bischen Bieste, die wir uns vorhin auch verfolgt haben? Miuuuu! Alter, was ist das für ne schleimige Suppe? Hat sich aus wie... Guck mal, wie zugeeitert, ne? Sehr, 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 sehr. Okay. Ey. Warte, ich erinnere mich. Die Auswelt. Ah, ha. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Öh. Ich sag mal ja. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Ja. Wie? Wie ist es los? Hm. Diese Postkarte. Das Mauerbild wurde nach ihr gemeint. Lass sie uns mitnehmen. Ja? Okay. Hup. Wie? Neu Gegenstand. Erinnerung. Okay. Wie? 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 Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Wie? Wie? Wir müssen uns weitergehen. Wie kann ich reingucken? Ah, ne, geht von alleine. Okay. Neue... Okay, nochmal. Hier? Und, so. Zeig mal. Warte, hier. Okay, dann sind wir nochmal das... Gespräch, was wir gerade geführt haben. Wobei, war ja eher Monolog, ne? Okay, so. Hier.